Hier wird eine ca. 538 qm große Bürofläche zermiete angeboten. Sie befindet sich in Dortmund. Das Objekt ist ab sofort verfügbar. Das Bürogebäude verfügt über einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 8 Euro pro Quadratmeter. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020